du hast mir gerade noch gefehlt du du bist als nächstes dran und du als man es gibt es doch nicht man ist das eine gülle man ich reg mich schon wieder auf nein ich krieg mich hier nicht auf ich tue nur so na 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 alter hört auf mann alter nervt das ja super jetzt habe ich wieder vom palast auslaufen danke super gemacht jetzt kann mir diese leichtesten fischer hier noch in die quere stirbt du nutte meine güte normalerweise habe ich kein problem hier mit den gegnern auf jeden fall hier in der overworld aber jetzt machen sie mir auf einmal probleme du stirbst du stirbst sowas von aber sowas von ey ich krieg die grütze hier so meine güte man dass ich diesen wichser nicht kalt kriege es nervt so jetzt gehe ich erst mal auf amulettenjagd anscheinend kann ich den sauerspiegel hier noch benutzen hey du kommst runter wo in der aufnahme habe ich doch ein amulett gesehen in der bearbeitung man nervt dir gerade aber zuerst will ich mal was erledigen ich glaube das kann ich schon machen hi fick dich bitch ich habe gesagt fick dich mann jetzt jetzt kann ich kann tollstes spiel ever ey ich krieg die grütze so wer wollte hier sein scheiß pilz du wolltest sicher den pilz oder mhm der duft von verfaulten früchten gibt mir den pilz für mein gebräuhen ja super ja sind ein scheiß nur den pilz danke junger man geht doch mal in den magie shop dann bekommst du etwas besonders gutes sowas bekomme ich da der rote trank ist das lebenselixier der grüne das zauberelixier und der blaue neuer zu leben als auch zauberkraft 1 superelixier wie wärs mit einem schluck vom roten gratis wohl bekommst hihihi das hat er sowas wohl gebracht also ich nehme davon ein hehehe dankeschön hier ist das superelixier Damit kannst du sowohl lebens- als auch magische Energie auffrischen. Ach, ne. Ja, jetzt lass den Scheiß. Mann, ging mir das vor auf den Keks? Stimmt, ich kann jetzt da vorbei. Er will auf die Fresse. So was ist da. Hi. So was soll da sein. Ah, ja, stimmt. Super. Euch kriege ich auch irgendwie kaputt. Ich bin jetzt gefangen, oder was? Nein. Hä? Nö. Da haben die Spielwickler noch mitgedacht. Hi. Peniskakteen. Ah. Ja, natürlich. Flip völlig aus. Ihr kriegst ja eine. So Beruhigung. Was ist das denn? Oh, nicht schon wieder so ein Wichskrebs. Nein, meine Güte. Warum haben die überhaupt zwei Herzenschaden? Es ist bloß ein lausiger Krebs. Komm her, mein Lieber. Du kriegst den Stein an den Kopf. Das heißt, die Bomben kann ich jetzt nicht aufsammeln. So was soll hier sein? Wasser. Sonst wohl nix. Ich bin hier umsonst hingekommen, oder? Willst du mich verarschen, Junge? Ja, ich glaub, du willst mich verarschen. Ja, genau du. Du Drecksspiel. Super. Und da soll, will ich jetzt runter. Ja, hab ich mir doch gedacht. Blöde Nutte. Ja. Macht's dir Spaß, nicht schwimmen zu können. Wo sind wir überhaupt? Da sind wir. Fick dich, du blöde Bitch, du blöde Bitch. Ei. Ah, super. Jetzt reizt, Mann. Lass mich doch nicht von so einer kleinen Nutte wie du töten. Ach, Lutsch mir doch ein. Ganz ernster, ganz ehrlich. Das Spiel geht mir gerade sowas von auf den Piss. Ja, super. Fick dich, du Nutte. Verpiss dich lieber. So, was haben wir hier? Hier muss ich irgendwas machen. Ich seh's aber jetzt nicht. Meine Güte. Also, manchmal. Was bist du denn? Die machen Schaden. Die machen hundertprozentig Schaden. Und zwar nicht schlecht, wahrscheinlich. Hier ist ein Stein an den Kopf. So, was soll hier jetzt bitteschön sein? Hier gibt's doch bestimmt auch irgendwo ein Versteck. Das ist bei Grabsteinen typisch. Nein, 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 verpiss dich. Äh, hallo. Wie viel? Komm, töte mich. Das ist echt nicht wert. Wunder schön, das kenne ich. Meine Güte, was ein Scheiß hier. Leck mich doch, leck mich doch am Arsch. Was ist das denn? Dafür hab ich heute nicht angefangen aufzunehmen. Junge, fick dich, du Hurensohn. Meine Fresse. Also, darf. Deswegen hab ich nicht angefangen. Hallo. Geht's noch? Meine Güte. Oh Mann, was soll der Scheiß? Können die Nutten mal sich verpissen? So, was ist hier schönes? Oh, toll. Mann, ey. Ja, super. Super, warum ist hier überall alles voll einig? Sogar hier. Sag mal, das ist ein Scheiß. Alter, Mann. Vor allem, mich stört es voll, dass der immer noch nicht schwimmen kann, der Arsch. Genau da muss ich hin. Superspiel. Toll. Der, der, der. Ah, ich kenn mich doch nicht. Ist ganz neu. Oh mein Gott. Ich hab mich ja direkt verlaufen. Oh, meine Güte. Das ist aber wirklich stark verzweigt. Und schwer. Oho. Wie anspruchsvoll. Jetzt kommen die Steine der Liebe wieder. Geh mir aus dem Weg, Junge. Was, wo geh ich denn überhaupt hin? Ich möchte einfach nur nach rechts. Fick dich, du Nutte, du blöd Arsch. Du Hurensorn. Fick dich ins Knie. Du blöder Wichser. Du Hurensorn. Rensan, du... Alter. Also das glaubst du ja wohl selber nicht. Hallo. Ja, ist super. Was will ich hier überhaupt? Meine Güte. Fick dich doch ins Knie, mein Lieber. Meine Güte. Vor allem, warum hüpfen jetzt solche Arschwieger rum? Die nicht wirklich schwer sind. Aber die hüpfen überall. Man, ey. So, ich geh da jetzt nochmal hoch. Kirby wird immer noch getreten und gepiesackt und alles. Nicht das magische Buch, du blöd Arsch. So, meine Güte. Wo ist diese Scheiße, wenn man sie braucht? Da vorne oder was? Ja, genau. Oh ja, stimmt. Ich brauche das magische Pornobuch wieder. Halte das Master-Schwert hoch und du wirst das Luftmedaillon erhalten. Das Luftmedaillon, damit kannst du die Macht über die Lüfte... Damit hast du die Macht über die Lüfte und kannst den eisigen Polarwind herbeirufen. Achte auf deine Magieanzeige. Polar-Fick-Wind. Ich glaube, das könnte mir behilflich sein, aber meine Fresse. Das spachtelt aber ziemlich viel Energie weg. Das ist wahrscheinlich sehr tödlich. Unten links in der Wüste habe ich auch noch Medaillon gesehen, aber ich sehe mich erstmal hier oben. Ja, natürlich. Fickt euch. So. Ja, gut, dass wir schön die Berge. Hier brauche ich wahrscheinlich den Hammer, oder? Genau. Ja, na, 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 na. Was ist denn da drin eigentlich? Oh, noch mehr Wuselfiecher. Nein, danke. Mann, die laufen so random. Das ist abnormal. Das ist abnormal penetrant, diese Viecher. Alter! Oh, ich brauche einen neuen Fischhaltsschuh für dich! Mann, was sind das für Drecksviecher? Äh, piep, 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 piep! Kann ich euch töten? Dann müsste ich ja so... Ja, leckt mich doch am Arsch. Ist das eine Scheiße? Lalalala! Jetzt reicht's mir. Ich werde euch da betöten. Warum wirkt die Scheiße nicht? Jetzt werde ich wohl sterben, oder was? Hättest du wohl gerne? Jetzt hört auf, Mann! Wo bin ich jetzt? Hi! Hi! Oh, hi! Wow, hier ist aber viel drin. Was ist hier? Wenn das nicht auffällig ist. Nicht der, was du willst, die Preise stehen dran. Der spricht. What the fuck? Die Höhle war zu. Das hier. Schöne Dank, das frisst deine Lebensenergie um ein Herz auf. Du hast nur einen. Super. Schöne Dank, mit diesem Lebensenergie erkanntest du deine Lebenskraft erneuern. Mann, ey. So eine Scheiße. Fühl mich gemobbt vom Game. Kannst du die Scheiße nicht ziehen? Schwächling, ey. Die Viecher sind jetzt rot. Die kann ich wahrscheinlich nicht killen. Wo bin ich überhaupt? Hallo, dürft ihr das bitte erfahren? Da drüben bin ich jetzt. Ich muss da irgendwie nach rechts. Meine Güte, läuft der Wendem, dieser Wichser! Mann, geht das mir auf den Zeiger, Alter! Das sind schon wieder die Wuselfiecher. Ne, muss nicht sein. Aber ich muss da wahrscheinlich rüberkommen. Wo lande ich denn eigentlich, wenn ich da runterspringe? Ah, da. Warte. Jo, weil das so nötig ist. Sie bald wegspringen. Oho, achi. Was ist denn hier? Was ist das denn? Wow. Bäm, bäm, bäm. Ah, jetzt bin ich hier. Was ist hier los? What the fuck? Das ist eine bestimmte Falle, oder? Wie viel kriege ich eigentlich immer? 25, oder? Sehe ich das richtig? Ah, nein. 22 oder so. Ja, sieht so aus. Wann mal wie viel? 100 Stück waren hier drin. So und einiges. Oh, die lustigsten und besten Viecher der Welt. Da unten gibt's keine Scheiße mehr, oder? Also diese blöden Viecher. Ja, natürlich, hättest du wohl gerne So Wahrscheinlich brauche ich hier den Hammer Nicht? Oh Ich nehme hier Schaden, wenn ich 1000 Meter runterfalle Irgendwas ist doch da oben Fick dich, Junge Ja, ich kriege kein Herz Kein Herz für Seraxe Teil 2 Wie komme ich da hoch? Meine Güte, ja Dann fahr wieder mal Ein schöner Bad von mir Wie immer mit Wie immer eine Ehre Ähm, ja Ciao, ciao Und auf Wiedersehen Und fick dich, du Hure